Hallo, 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 der Emiro hier mit Let's Play Your Level. Der nächste Hack kommt von Seaford. Wie auch immer man das wirklich richtig ausspricht, da unten ist es geschrieben. Wir spielen mal wieder Yoshi. Warum auch immer das so toll ist. Hallo XD, viel Spaß. Oh boy, Yoshis Haus. Ich bin zu meinem Freund Seaford aufgebrochen. Ciao. Äh, sprach Yoshi zu sich selbst. Also geht's in die Star Road of Awesome. Da da da. Ah, woher ist das Lied? La 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 la. Wo ist das Lied her? Och man, ich hab keine Ahnung. Hilfe da da Goomba. Mhm. Ich, ich, boah, was macht hier noch ein Yoshi? Ihhh, was ist das denn? Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst. Ah. Okay. Damn it. Oh. Das hat weh. Ähm. Ja. Das war schön. Auch wenn die Bullet-Bills mir Angst machen. Ein wenig. So, gib mir den, äh, den Pilz. Lala la 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 diesen Bullet Bill. Das ist krank, was der tut. So. Oh nein, nicht noch einen. Nicht, nein. Stirb einfach. Stirb. Und dann stirb. So. Äh. Ah. Dafür braucht man Yoshi. Das hätte man mir eher sagen können. Da rewinde ich, weil ich das nicht sehen konnte. So müssen wir jetzt Yoshi füttern. Ey. Ey. Friss, du Sau. Ey. Yoshi. Das sieht seltsam. Das sieht total seltsam. Oh mein Gott. Ähm. Hüpf. Nein. Nicht die explodierenden Bullet Bills. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich will was nachgucken. La 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 la. Was ist das denn? Ist das eine Tür? Ne. Okay. Schade. Das sah aus wie eine Tür. La 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 la. Dom 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 dom. Hüpf. Und hüpf. Und ich hab da schon wieder was gesehen. Geh zurück und gucke nach. Was war da noch auf der unteren Plattform. Ist mir jetzt gerade egal. Was war hier? Nichts. Sehr gut. Ähm. Slow down. Slow down wie sonst was. Slow down. Ich soll in die Richtung. Ah. Ich soll in der Richtung mit dem P-Switch. Ich möchte nochmal testen. Ist hier unten was? Ich hab keine Lust irgendwo in meinen Tod zu fallen. Deswegen wird getestet auf diese Weise. La 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 la. So was haben wir hier unten? Hier unten haben wir. Okay. Wofür war jetzt der P-Switch? Ähm. Ich hab keine Ahnung. Ich hab wirklich nicht die leiseste Ahnung. Nein. Nein. Bitte. Tut mir das nicht an. Äh. In die Röhre. Und da. Das sieht cool aus. Das ist wunderschön. gemacht. Ich mag den grafischen Effekt, der hier entsteht. Auch wenn ich da nicht durch kann. Iiii. Tahaha. Ähm. Hüpf. Hüpf. Hey. Hallo. Du da. Äh. Was geht denn mit dir? Was sind das denn für Panzer, die du wirfst? Das ist ja. Jetzt sind da zwei. Ah. Wundervoll. Das ist jetzt toll. Das ist super. Habt ihr auch vorderen, noch wegzugehen? Sonst haben wir hier ein kleines Problem. So unter uns. Ne? Äh. Fuck. 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 Äh. Was zur Hölle geht mit euch? Jididi. Das war gut. Das war schlecht. Das war wiederum sehr gut. Okay. Die Stelle war ja eklig. Die Stelle war hässlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh. Tetris Block. Ja. I win. Da. Okay. Was war da unten noch? Das will ich jetzt nachgucken. Das ist so ein Hack. Da will ich auch wirklich wissen, was überall. Nichts. Ich nehme den Block mit. Behalte ich den Block. Ich behalte den Block. Und ich bin groß. Ich bin Emero. Heute mit Yoshi. Das war schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, tschö.